Jetzt? Nein! Ach komm schon! Jetzt? Okay, mal sehen. Vielleicht jetzt? Ach komm schon! Ach, da muss ich ja noch mehr als zweimal drauf treten. Was soll das? Ist doch lächerlich. So, alte Hexe, jetzt hilf mir mal. Oh, du bist Schleim. Du riechst wie ein Menschenjunge. Wie ich sehe, hat dich Clint mit dem Formverwandler verzaubert. Ich habe ihm gesagt, er soll es bleiben lassen. Es tut mir wirklich leid. Doch Schleim wollte auch ein Mensch werden. Aufgrund meines Alters weiß ich mehr über die Menschen als Clint. Du möchtest wirklich wieder zu deinem menschlichen Ich zurück? Oder täusche ich mich? Natürlich will ich das! Ja, ja, aber nicht einmal ich kann dich so einfach wiederherstellen. Das musst du schon selbst lösen, ja? Ach, verstehe. Ich gebe dir eine Chance. Da ist ein Zauber, an dem ich arbeite. Wenn du ihn mit deinem Verstand besiegen kannst, verwandle ich dich wieder in ein normales Selbst zurück. Geh ins Zimmer nebenan und folge den Anweisungen des Spiegels. Okay. Es hat bereits... Da hat jemand das Es vergessen. Es hat bereits begonnen. Oder benötigst du eine Erklärung? Ja, bitte. Der Vogel frisst die Raupe. Die Raupe frisst die Blume. Oh nein! Oh nein! Ich weiß, was das ist! Frisst die Blume. Der Vogel frisst die Blume nicht. Solange du auf dem Teppich bist, wird das nicht passieren. Du musst es aber bedenken, wenn du sie alle drei über den roten Teppich bringst. Okay, ähm... Geh ich rüber? Ne, dich nicht rüber. Wenn Huhn und Raupe alleine sind, wird Huhn Raupe fressen. Wenn Raupe und Blume alleine sind, wird Raupe Blume fressen. Und speichern kann ich hier nicht. Das ist schwer. Das ist verdammt schwer. Ah! Nein! Doch! So, die Raupe muss rüber. Die Blume muss rüber. Och! Gott, ich darf nicht von den Teppichen runter gehen. Also, die Raupe muss rüber. Die Blume muss rüber. Jetzt muss die Raupe da lang. Und dann muss das Hühnchen da lang. Jetzt kann ich in Ruhe die Raupe wieder da hinsetzen. Boah, Gottes Willen. Hirnen muss man hier. Du hast es geschafft. Ich halte mein Wort. Folge mir nach nebenan. Endlich bin ich von diesem Experiment befreit. Jetzt kann ich mich entspannen. Du bist ganz schön schlau. Ich dachte, es wäre zu schwierig für dich. Ich muss auch ganz schön hören, meine lieben Freunde. Ich achte dich. Sind alle Menschen so schlau wie du? Hallo! Ich bin eine Blume. Ich hasse dieses Experiment. Wirklich. So ein Experiment mache ich nie mehr. Oh. Du hast es geschafft. Ich halte mein Wort. Folge mir nach nebenan. Okay, dann gehe ich jetzt da runter. Ich möchte wieder ein Mensch werden. Du hast es geschafft. Gar nicht so schlecht. Für so ein kleines Kind. Gut. Ich verwandle dich wieder in ein normales Selbst zurück. Abrakadabra. Ja. Ich habe mein Wort gehalten. Jetzt bist du wieder dein normales menschliches Selbst. Deine Mühe hat sich... Was? Hast du nebenan was gehört? Warte. Meine Arbeit ist getan. Und ich kann ihr vielleicht nicht helfen. Aber ich mag dich so sehr. Oh. Wir bekommen jetzt unseren Freund die Raupe. Vielleicht könnte ich dein Freund werden. Ja, bitte. Raupe schließt sich der Gruppe an. Sorry, mein Controller hat gerade gesponnen. Mach der manchmal. Wir sind versehentlich unten den Turbeschalter. Ich kann gar nicht. Ignoriere mich einfach. Ja, ich weiß ja, was dann passiert, wenn du dann ausgewachsen bist. Aber... Das werde ich euch jetzt nicht sagen. Ich verrate es euch nicht. Boah, ha, 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 ha. Ich hab das im Auge. Ich wollte gerade sagen. Was soll das? Wir haben da unten jetzt eine Plattform, auf der wir draufsteigen können. Wir müssen wahrscheinlich da runter springen. Mit dem Leopard. Deswegen werde ich hier auch alles frei machen. Das ist eine ganz gute Idee. Oh, wir haben noch zwei Herzen. Ach, Frau. Ah. Und bevor wir in die Kamelienwüste gehen, gehen wir noch zu der netten alten Dame. Ich brauche nämlich wieder Heilung. Weil es doch ein bisschen sehr happig ist mit zwei äh... Obwohl, ich glaube, von oben kommen wir besser ran. So, vorher speichern wir mal. Ich habe keine Lust, schon hier zu sterben. Wegen irgendeinem Scheiß. Nein, 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 nein. So. Schon besser. Ja, genau das habe ich gemeint. Was? Ein Glück, dass wir gespeichert haben. Ja, bla. Ha. Fast voll. Okay. Ich würde jetzt ja verdammt gerne mal testen, ob wir wieder mit Menschen sprechen können. Ich meine, mit der Hexe konnten wir ja auch sprechen. Probieren wir es einfach mal. Ich möchte nämlich gerne das Superschwert. So, alter Mann. Nein. Okay. Ähm. Würde ich sagen... Auf zur Wüste. Über Umwege. Die mir ordentlich auf den Nerv gehen. Aber okay. Was sein muss, muss sein. was? Käh. Puh. So, Chamälienwüste. Wow Freunde, liebe Landsleute Das könnte lustig werden Ich habe keine Lust zu kämpfen Ups Oh, nice Könnte eine Abkürzung sein Werden Tutentun Naja, wir werden es ja sehen Sobald wir es sehen So Ich würde mal sagen, wir müssen irgendwie gehen Südwesten Südosten, meine ich Was zur Hölle? Wo kommen die Löcher her? Wie komme ich da runter? Da unten war irgendwas Das ist Die Gegner sind ganz schön schmerzhaft. So, dann müssen wir wahrscheinlich da oben durchflitzen, irgendwie. Aber nicht so. Au. Oder auch nicht. Naja, Hauptsache, es gibt so ein bisschen Geld. So. Huh. Ich habe aber ganz ehrlich keine Ahnung, wo wir eigentlich lang müssen. Also von dem her könnte das jetzt sehr planlos werden. Huh. Huh. Leckety-leck-leck. Huh. Okay, wir haben es weiter geschafft. Jetzt muss ich gucken. Irgendwas hat es doch mit diesen Löchern bestimmt auf sich. Okay. Okay. Oh! Ich glaube, allein das war schon falsch. Wohl. Einfach mal ausprobieren. Okay, das war ein Satz mit X, das war wohl gar nichts. Ich werde hier mal speichern. Geil, da muss man hier in dem Spiel oft speichern. Jetzt gehen wir einfach nochmal rein. Okay.